Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Wir haben nun das Negativ zusammen gebastelt und müssen jetzt halt noch das Polaroid zusammen kriegen, um dann auch in die nächsten Gebiete voranzuziehen. Und ich habe auch ganz vergessen... Komm, wir spielen mit Mephistopheles. Ich habe auch ganz vergessen... Goathead, wie geil ist das denn? Ich habe ganz vergessen... Jetzt kommen wir da... Oh, was für eine Frisur. Okay, was habe ich jetzt ganz vergessen? Ich habe es vergessen. Aber ich habe ganz vergessen, dass wir auch noch Lost freischalten können, und zwar auf eine andere Art und Weise. Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Oh Mann, ich liebe diesen Popschutz, aber irgendwie ist er größer als der bei anderen. Das ist immer sehr awkward, wenn wir über den Popschutz reden. Es ist immer zweideutig. Holy shit. Also, mein Popschutz ist irgendwie größer als der bei anderen. Lass uns hier rein. Eine böse Kiste? Nein, eine sehr gute Kiste gab es. Oh, holy shit. Wie geil ist das denn? Bam! Jetzt haben wir erstmal genug Leben. Da ist noch ein schwarzes Herzchen. Wow! Eigentlich ist das fast wie Eve, von den Haaren her und alles. Aber ich akzeptiere dich auch als Mephisto, Maggie. Eigentlich bist du ja ein Maggie-Ersatz. So. Ähm, ja. Der Popschutz ist irgendwie größer als bei anderen, aber irgendwie gefällt mir das viel geiler. Man hat Spaß, da reinzureden. Ich höre auf, jetzt über den Popschutz zu reden. Denn das ist irgendwie nicht cool. So, sprengen wir das mal. Haben hier ein paar Schlüssel dazu bekommen. Sehr schön. Da können wir jetzt ein paar Kisten öffnen und Itemräume. Und wir haben Goathead. Das fasziniert mich gerade extrem, ne? Ähm, da könnten wir jetzt sogar auf Angel-Deals gehen, wenn wir lustig sind. Außer der Devil-Deal ist super. Dann machen wir das. Wir schauen einfach mal, was uns gefällt, ja? So, weg damit. Und damit, das schwarze Herzchen könnten wir uns auch holen, ne? Gestern habe ich ja Versus-Wars gegen Problems gemacht. Und dort habe ich ein wenig reingeschissen. Es stand dann einmal in der 6 zu 2 oder 8 zu 2. Ich habe keine Ahnung. Manchmal gibt es halt die Tage, wo es nicht läuft. Manchmal gibt es die Tage, wo es nicht läuft. Ich habe da auch so dumme Sachen gemacht, ne? Ich habe Mom's Knife gehabt, habe aber auf den Chat geachtet. Und dann bin ich reingerannt in Tiny Planet und hatte dann Mom's Knife mit Tiny Planet. Und das ist der größte Bullshit. Ich könnte eigentlich hier reingucken. Und My Reflections schon wieder. Nein, 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 nein. Wir spenden mal ein bisschen Geld. Komm schon. Wir müssen den Automaten vorantreiben. Okay, gut. Hätten wir es für diese Aufnahme schon mal geschafft. Leider. Ich hätte gerne mehr gespendet, Mann. Aber gut. Dann schauen wir jetzt mal, was der Boss so für uns hat. Auf der ersten Ebene gibt es keinen Devil-Deal. Nicht, dass ihr euch gleich fragt. Er hat Goathead. Goathead garantiert eigentlich, dass wir auf jeden Fall einen Angel-Deal oder Devil-Deal-Deal haben. Aber auf der ersten Ebene zählt das nicht. Das sind fiese, miese Gegner, Mann. Dieses Doppelpack macht mich immer richtig fertig. Oh, hey, hey, hey. Wieso hat er mich da nicht gefressen? Oh, warte mal. Wir könnten eigentlich uns auf den hier konzentrieren. Genau, Pin. Los. Yes. Und. Ah, schade. Hat ihn nicht erwischt. Komm schon, Pin. Mach den hier fertig. Mach ihn fertig hier. Ja. Sehr gut. Na, wie gefällt es dir, verraten zu werden? Oh, scheiße. So. Okay, vielen lieben Dank. Mr. Pin, du bleibst auf jeden Fall in Erinnerung. Ich werde dich in diesem Run verewigen. Auf Thumbnail. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht finden wir noch was Cooleres oder so. Ach, du Scheiße. Ja, mein Speed ist gerade nicht so geil. Okay, und ich hoffe, ich werde jetzt nicht... Alter, was soll denn das? Ist irgendwie... Ja, wir sind Maggie, ne? Irgendwie habe ich gerade große Probleme. Sehr große Probleme. Wow. Okay, wir bekommen ein Speed-Tab. Das ist schon mal sehr schön. Und die Pille nehme ich auch mit. Full Health. Na, das hat es ja gebracht. Gut. Wir haben Gappi Spaw, Mann. Wenn wir jetzt ein Happy-Upgrade bekommen, dann können wir es... Zack! Verwandeln in zwei blaue Härtchen, was cool ist. Da gehe ich jetzt nicht rein rechts. Ich behalte lieber die Schlüssel erstmal, bevor wir keinen Schlüssel für den Itemraum haben. Hatten wir schon ziemlich oft. So. Und ja, Bumbu wird ein Spiel bekommen. Ein Action-RPG-rollenbasiertes Spiel. Verstehst du? Tu erfahrst. Gut. Habe ich gestern erwähnt und einige haben da gefragt, wie soll es denn aussehen? Muss man einfach nur ganz viel Geld fressen? Nee, ich habe keine Ahnung. Aber ich vertraue Edmund Macmillan und... Ich glaube, der wird uns nicht enttäuschen mit den Spielen, die er hat. Auch wenn ich Fingered gar nicht gespielt habe. Aber das war ja auch eher so ein ganz kleines Mini-Projektchen, hä? Ähm, böse Kisten? Nein, keine böse Kisten. Bursting Sack, Spider-Love. Ja, Spinnen sind immer gut. Und wir bekommen einen Schlüssel. Das ist sehr schön und auch ziemlich viele Bomben. Wir könnten versuchen, uns hier reinzusprengen. Okay, gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Oh, man. Ja, Bursting Sack. Ich vergesse immer, was das Item macht. Das Spin-Item. Das spaut auf jeden Fall Spinnen, wenn wir was machen? Wenn wir Gegner töten anscheinend nicht. Vielleicht, wenn wir Kackhäufchen zerstören? Uiuiui. Das sind gefährliche Gegner gewesen. Lass uns mal direkt den XL-Raum machen. Ja, gleich haben wir ein Depp. Wow! Holy Shit! Man sieht auch die Schatten nicht. Das ist das Problem. Man sieht von den kleinen Viechern den Schatten nicht. Die sind richtig brutale. Okay, lass uns erstmal die Kleinen töten. Und den hier schon mal ein bisschen anschwächend. Sieht aus wie einer, der sich noch regenerieren kann. Holy Shit! Das ist echt gefährlich, diese Teile. So, einen hätten wir erwischt. Komm schon. Viel haltet ihr nicht aus. Komm schon, Mephisto! Tu es! Ach, guck mal. Mephisto hält das sogar in der Hand, diesen Bursting Sack. Da, guck mal. Der hält das sogar in der Hand. Ähm, was haben wir hier? Okay, der Automat ist im Arsch. Ich glaub, wir nehmen eins davon mit. Und hier. Ach, Full Health war das. Oh, so das aus. Okay. Oh, warte mal. Ich könnte auch... Nee, könnte ich nicht. Ich könnte das hier mitnehmen. Dann könnten wir es von der Liste streichen und sowas, weißt du? Aber nee. Ich glaub, ich behalte auch Full Health. Das bringt irgendwie mehr. Und ich glaube, der Boss müsste jetzt hier oben sein. Genau. Wow! Das sind wieder sehr eigenartige Gegner. Vor allem diese Fliegen da. Die sehen so derpy aus. Irgendwie passt diese Fliege nicht rein, ne? Diese derpige Fliege. Die... Nein, die passt nicht rein. Tut mir leid. Eigentlich nichts gegen euch, ne? Aber... So, komm her. Okidoki. Ähm. Schlüssel. Ne Batterie. Und... Ganz viele Gegner. So. Ich möchte nicht noch mehr Leben verlieren. Falls wir gleich irgendwie kein HP-Upgrade bekommen, haben wir ein Problem. Ähm. Den Devil-Gil zu machen. Das nehme ich mit für den Devil... Äh, für den Kampf hier. Depterium. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe deinen Stein. Den werden wir jetzt mal nutzen. Und... Ah, leider nicht ganz geschafft. Okay. Leider nicht ganz geschafft. So, lass uns erst mal eintöten. Hier. Der hat leider keine Lebensleiste. Ich weiß nicht, wie viel der aushält, aber auf jeden Fall weniger als der Typ da drüben. Glaube ich. Komm her. Komm her. Triff mal. Sehr gut. Und wo ist jetzt... Ach nee, warte mal. Dieser Bursting-Sack sorgt ja nicht dafür, dass wir keinen Schaden mehr von Spinnen bekommen? Ich hab vergessen, was das Item macht. Ich hab'n Blackout wieder. Problems hat mir gestern irgendwie meine ganze Isaac-Erfahrung aus dem Körper... ...geraced. Hä, 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 hä. So. Oh, ich dachte schon, der stirbt nicht. Kein Happy-Upgrade. Das ist bitter. Nehmen wir das mal mit. Und hier haben wir ein richtig beschissenes Item, das ich nicht mitnehmen werde. Verdammt nochmal. Okay. Angel Deals. Ey, ich hab' nichts gegen Angel Deals. Gestern haben wir im Angel Deal ja was richtig krasses bekommen. Was war das? Sacred Heart. Und vielleicht kriegen wir diesmal auch Sacred Heart. Und wenn wir Missing-Poster finden, müssen wir auch Lost irgendwie freischalten. Yep. Grave One. Let's go. Let's do this. Okay, direkt in den Itemraum gefunden, aber in einem sehr ekligem Raum. Egal, wir haben ein kleines Damage-Up bekommen, dank der Peitsche. Und jetzt peitschen wir die mit unseren Tränen aus. So. Was ich auch gehört habe, ähm, mehr oder weniger, ähm, also indirekt gehört, dass Lizard-Wizard-2 rauskommen. Oder Wizard-Lizard? Ich vergesse es immer, wie das heißt. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ja. Es wurde ein bisschen unterschätzt, habe ich das Gefühl. Vielleicht können wir es nochmal anschauen. Äh, Lizard-Wizard-Bizard. Ja, komm her, nehmen wir dich mit. Ich bin mit jeder Hilfe zufrieden. Danke. So. Okay, das ist scheiße, aber raus, rein und weg sind die Spinnen. Ob das so gewollt ist, ich weiß nicht. So. Hilf mir, hilf mir, hilf mir und zerstör deine Daddies. Und Mami's Law ist hier. Das ist ja, wir haben ja nur die Mini-Version von den Teilen hier. Der früher im alten Isaac habe ich mich sehr gefreut, wenn ich den gefunden habe, weil er echt verdammt viel Damage gemacht hat. So. Wisst ihr auch, was das Coole ist? Wenn wir die Heretic-Mod gespielt haben, so ziemlich lange, dann, ähm, wird das normale Isaac, wenn Afterworld Plus rauskommt, ziemlich abgefahren und auch komplett neu aussehen, weißt du? Weil wir den Look schon, weil wir uns jetzt an diesen Look hier gewöhnen. Mehr oder weniger. Na gut, ich spiele jetzt ab und zu im Livestream. Mich wird es vielleicht nicht so ganz bashen vielleicht euch. Bashen, was ist das denn für ein Wort? So. Okay, was ist mein Ziel überhaupt für heute? Ich will auf jeden Fall in den Dark Room, ich will Missing Poster finden und ich will, ähm, was will ich noch? Ich will, ja, Sachen freischalten halt einfach, ne? Wir müssen ja noch den letzten Charakter freischalten, indem wir mit Azazel den, ähm, den Greed-Mode schaffen. Also mit dem einen Daffurkas ist es, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Kann sein, dass ich mich täusche. Äh, wupp, wupp, wupp und wupp. So, das werden wir auch noch machen. Tears down ist das. Oh, das ist jetzt bitter, das tut weh. Alte, warum waren wir schon? Oh, ich will dann aber lieber in den Shop rein. War das überhaupt der Shop? Weil irgendwie erinnere ich mich, dass da... Zwei Schlüssel... Ne, war nicht, okay. PhD, oh, hätte ich zuerst das hier gefunden, Mann. Tears... Oh, wir haben so gesehen jetzt zwei Tearsups, ne? Wir haben so gesehen jetzt zwei Tearsup. So, das ist sehr gut. Wir müssten eigentlich auch alle Pilze sprengen, weil Pilze haben auch die Chance, uns... Was ist da oben eigentlich? Äh, Pilze haben uns auch die Chance, Pillen zu geben. Und das ist gut. Das sprengen wir auch mal. Denn den Small Rock müssen wir auch noch freischalten. Sehr schön. Ah, jetzt, ähm... Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Aber Tears down haben einen höheren Effekt als Tearsup. Also, wenn du eine Tearsdown-Pille findest, dann brauchst du irgendwie ein paar mehr Tearsup-Pillen, um das wieder auszugleichen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich will da rein. Lass mich da reingucken. Guten Tag. Scheiße, weißt du es? Der kann auch eine Bombedürung sein, deswegen machen wir so... Ups. Ja, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Man kann da durch ohne Schaden zu nehmen. Schwüre. So. Mann, die Tearsappeln will ich jetzt finden. Die werden jetzt eine Bereicherung. Nope, das mache ich nicht. Okay, Schlüssel haben wir zwei Stück. Das ist schon mal sehr schön. Dann haben wir keine Probleme. Oh, oh, versteinete Monstruos. Ach ja, wenn jetzt so ein Raum kommt, wo wir... Wo diese blöden Typen drin sind, die ganze Zeit spinnspauen und so einen Scheiß. Das ist ein richtiges Trauma, was ich da hatte. Aber zum Glück wart ihr auf meiner Seite, als ich diesen Raum da hatte. Ich dachte in den Kommentaren, wenn ich mir so... So, komm, du Idiot, du hättest auch das und das machen können und das und das und das. Aber ich habe mein Bestes gegeben. So. Machen wir zuerst die Typen hier fertig, denn... Die haben etwas weniger Leben und haben dann... Machen da nicht solche großen Probleme. Wenn wir mit ihm fertig sind. Denn tot machen die Gegner meistens weniger Probleme, ja? So ein kleiner Isaac-Tipp von mir. Wow, scheiße. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber seit der Heretic-Mod kann ich schlechter ausweichen, Mann. Irgendetwas ist verändert worden. So. Tja, okay. Komm schon, triff ihn. Sehr schön. Okay, der fliegt bis ans andere Ende. Okay, dann wäre es eigentlich klug, wenn wir den irgendwie an die Wand bekommen und jetzt dahin schießen, oder? Ne. Ja, wenn wir auch noch treffen würden. Das wäre auf jeden Fall abgefahren. Komm her. Bitte drop ein HP-Upgrade, welches wir dann... ...umwandeln können und bitte der Angel-Deal mit irgendwas Coolem. Ich weiß nicht, irgendwas überrascht mich. You unlock the Catacombs. What the fuck? Number one. Ich nehme das mal mit. Ah, die Ranger's Case. Bisschen für den Arsch. Oh, wir können fliegen. Sehr geil. Das ist sehr, 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 sehr geil. Hat sich gelohnt, Mann. Hier sind wir lost. Wir haben Lost freigeschaltet, mehr oder weniger. So, Lost schalten wir mit dem Missing-Poster frei. Einfach damit sterben, dann kommt er. Falls ich das noch nicht erwähnt habe, ich glaube schon. Ich möchte rein. Yo, hören die auch mal auf. Holy shit. Okay. Nein, 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 nein. Geh weg. Wow. Das war knapp. So ein bisschen. So ein bisschen sehr. Okay. Da ist auf jeden Fall ein Blaustein, den ich mir holen werde, wenn wir gleich noch eine Bombe finden. Ich werde ihn vergessen, hundertprozentig, ne? Seien wir mal ehrlich. Autschi. Autschi-Kowski. Ähm. Ja, lassen wir nach unten gehen. Oh Gott, diese Gegner, ne? Die sind immer so flott und flink und schnell. Deswegen muss man die auch ganz schnell töten. Noch schneller als sie sind, ey. So. Ja, number one. Bisschen Tiersup ist gut. Wir werden bestimmt noch irgendwelche Range-Up-Items finden. Da bin ich mir ganz sicher. Und wir können jetzt durch Wände schießen. Dank that dove. Was ziemlich cool ist. Auch so ein Item, das ich immer vergesse, dass es überhaupt existiert. Und dann freue ich mich immer, das zu sehen. So. Oh, hier ist eine Bombe. Sehr schön. Dann gehen wir mal ganz kurz zurück. Und hier gab es auch noch einen Stein. Ah, sogar noch eine Bombe. Okay, wir können wieder zurück. War ein bisschen enttäuschend. Aber hey, ist immer ein Schlüssel, was? Und. Eine Kiste, die wir öffnen. Ja, auf jeden Fall eine gute Kiste. Haben wir Plus gemacht. Wups. Lass mal gucken, was hier ist. Vielleicht ist hier sogar der richtige Weg zum Itemraum. Und wir müssen dann nicht den ganzen Weg zurückgehen. Oder das ist der richtige Weg. Und wir waren einen Raum weit entfernt vom Itemraum. Scheiße. Ah, Kacke. Das sieht nicht gut aus. Und das, die sehen aber ziemlich cool aus. Guck mal, die haben einen Überbiss. Überbiss. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. So. Was gibt's hier? Äh, oh, ein Dime. Mitgenommen. 24 Münzen. Die würde ich alle donaten gerne. Oh oh. Da haben die mich jetzt geprankt und erwischt. Geprankt ist es. Oh Gott. Gott, ich muss irgendwie, keine Ahnung, mich bespraf. Immer wenn ich geprankt sage oder sowas. Ähm, mir ins Gesicht schlagen. Ja, wieso nicht, ne? Würde viele von euch freuen. Ah, das gibt's doch nicht. Das ist der richtige Weg, oder was? Das ist der richtige Weg zum Boss. Ja, weißt du was? Dann machen wir den jetzt. Wir haben Goathead. Wir kriegen auf jeden Fall einen Devil- oder Angel-Deal. Kam schon her. Und The Fallen. Da freue ich mich immer sehr, ihn zu sehen. Weil der gibt uns jetzt ein gratis Devil-Delight. So, behandeln wir ihn mal ein bisschen mit Bomben. Uh. Sehr gut. Okay. Wunderbar, wunderbar. Dieses Feuer nervt mich vielleicht ein bisschen, aber hey. Und The Pack. Wie gut ist das denn, man? Und, oh, das ist aber ein erotischer Devil-Deal. Ich glaube, das nehme ich sogar mit. Ups, das wollte ich gar nicht. Und das da gibt mir auch ein HP-Upgrade. Das ist doch wie Abaddon, oder? YOLO! Okay. Ja, das war wie Abaddon. Ich habe gerade mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Den Run an mir vorbeiziehen sehen. Scheiße. Okay. Ja, da habe ich meinem Gehirn einmal vertraut. Und wir haben Spinnen aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, woher die kommen. Und wie ich die spawne, aber hey. Also mit meinem Item, aber ich weiß nicht, wann es aktiviert wird. Random einfach irgendwann. Ja, guck mal, wir waren einen Raum entfernt vom item Raum. Tja. Das glaubst du wohl selber nicht. Deck of Cards. Was passiert, wenn ich das hier? Ach so, okay, dann stellt er sich da hinten hin. Nee, ich ballte mal Gappi Spaw. Ja. Dort, um den Bossmasch zu erreichen, macht man echt direkt einen guten Devil-Deal, ne? Aber so richtig direkt einen guten Devil-Deal. Am Anfang. Und dann alles wegklatschen damit. Ich nehme das auf jeden Fall mit. Filled with goodies. Und das war doch Tears. Fuck, full half. Ich fall wieder darauf rein. Ich bin ein Idiot. Ich bin gedanklich noch im gestrigen Run. Ach, die Münze lassen wir liegen. Die lassen wir liegen. Bring Glück. Eine Münze auf einer Ebene zurückzulassen. Ja. So. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Gut. Dann lass uns jetzt mal schauen, was uns auf der nächsten Ebene erwartet. Und vielleicht bekommen wir dann... Ähm... Ähm... Was wollte ich haben? Vielleicht bekommen wir dann... Ich wollte vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, dieses Trinket. Vielleicht bekommen wir das. Deswegen halte ich auch Ausschau nach dem Trinket-Beschwörer. Okay, das Item heißt nicht Trinket-Beschwörer. Das Item heißt... Mom's Box? Ja, ja. Dass Trinkets immer gibt. Das Space-Item. Da halte ich jetzt ein bisschen Ausschau. Haben wir öfters mal im Shop gesehen. So. Und wenn wir das bekommen, wäre es auf jeden Fall cool. Da haben wir gute Chancen, ein Missing Poster zu finden. Auch wenn es verdammt viele Trinkets gibt, ey. Kann man eigentlich Trinkets auch verändern? Weil irgendwie kann ich mich nicht erinnern, dass wir eine Mod gespielt haben, wo du Trinkets verändern kannst. Die God-Mod zum Beispiel, die hatte auch keine veränderten Trinkets, oder? Vielleicht irre ich mich auch. Karten. Okay. Die Karten wurden verändert, aber die Trinkets... Die sind gleich geblieben. Die kann man irgendwie nicht verändern. In Afterbirth Plus bestimmt, aber... Was ist das hier? Emperor-Karte wird gebongt. Sehr schön. Für den Darkroom. Oder vielleicht für den Boss Rush. Um ein Item zu stibitzen. Auch wenn wir den Boss Rush eigentlich machen müssten. Aber es ist schwer. Na, vielleicht kriegen wir gleich einen guten Devil-Deal. Oder Angel-Deal. Ne, Devil-Deal muss es ja jetzt sein. So. Uh. Angel können wir auch noch nicht töten. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn wir das erste Mal mega... Ne, kann ja nicht sein. Vielleicht, wenn wir den Darkroom geschafft haben, kann man dann Angel besiegen. Angel sprengen. Consumable and happy. Sehr geiles Item. Und hier haben wir noch mehr geiles Zeug. Ich nehme das hier mit. Fliegen brauchen wir jetzt nicht. Und das da auch nicht. Let's go and search the... Ähm... Island Room. Und immer schön die Augen offen halten für... Blaue... Au, au, au. Nicht blaue Pillen. Verdammt nochmal. Das war eine rot gepunktete und eine andere. Eine ganz gelbe. Oder orange. Kommt drauf an. Ob wir farbenblind sind oder nicht. So. Okidoki. Ich frage mich, wie das ist bei Farbenblenden. Wie sehen die das? Gibt es da immer Unterschiede? Oder gibt es immer... Hat man eine Farbenblindheit? Alle haben die gleiche. Da bin ich mir gerade ein bisschen... Guck mal, Range Up. Sehr schön. Haben die... Sehen alle eine Farbe wirklich anders oder ist es immer unterschiedlich? Weil es gibt ja zum Beispiel den Farbenblindmodus in manchen Spielen. Ähm... Was ziemlich cool ist, dass man darauf eingeht. Und das heißt, es gibt ja nur einen Modus. Das heißt, alle haben das gleiche Problem, die farbenblind sind. Bin ich farbenblind? Ich weiß es gar nicht. Kann sein, dass ich farbenblind bin. Hm. Und man sagt ja auch, dass Frauen mehr Farben wahrnehmen als Männer, ne? So, ja, dieser Angeber. So, ja, 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 ja. Der rennt ja ein auf ein zu, ne? Das ist ja so ein Gegner, dem man... Der Sound passt so gut wie gar nicht, man. Den hätten wir vielleicht noch ändern können. So. Ähm... Die Batterie... Na, man weiß nie, wann man sie braucht, ne? Lass mal mitnehmen. Ich brauche ja eh kein Geld mehr, so gesehen. So. Der Itemraum ist heilige Scheiße. Wo ist der Itemraum? Okay, machen wir jetzt mal dieses kleine Insekt kaputt. Bekommen jetzt alles doppelt gedroppt wegen unserem Item aus dem Devil Deal. Ja, Bosswash, wir könnten jetzt den Itemraum finden und dann porte ich mich ganz schnell zum Boss. Das wäre eine Möglichkeit. Experiment, hebe ich einfach mal auf. Hebe ich einfach mal auf. Unsere Range ist wieder voll für den Arsch. Unser Speed ist, ähm, gleich geblieben. HP ab. Und Damage ab. Weiß ich jetzt nicht, ob ich ein Damage abbekommen habe. Naja, egal. Ich glaube eher ein Tier-Sub so ein bisschen. Kann auch sein, dass ich mich irre. So. Erstmal Fuß. Health einsetzen. Und go. Health. Jetzt mit volles Karacho in die nächste Ebene und dann hoffentlich... Äh, hiervon will ich nichts. Nein. Let's go. Ja, wie gesagt, wenn wir jetzt schnell den Itemraum finden, könnte ich mich reinporten und dann entscheiden wir, ob wir den Bosswash machen oder nicht, weil wir brauchen halt schon gute Sachen. Und wir könnten was im Devil Deal bekommen oder halt im Bosswash was finden. Im Bosswash Proptosis oder so, wäre schon ziemlich erotisch. Let's go. Holy shit, ist das eigenartig. Sind wir überhaupt auf der Depth 2? Ja, Tom 2. Okay. Ah, das ist ein Loop. Verdammt nochmal. Ah, wir könnten uns auch durchsprengen, ehrlich gesagt. Aber hey. Machen wir die Teile einfach mal fertig. So viele Kisten. Welche Geheimnisse haben die? Man weiß es nicht. Holy shit, diese Räume. Ah, das ist ganz gut, dass wir mit dem schwarzen Herzchen ein bisschen gearbeitet haben. Läuft alles nach Plan oder so? Okay, wir haben den Boss gefunden. Aber fuck, wo ist der Itemraum? Hahaha. Scheiße. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Lass mich mal ganz kurz durch. Ja, geil, oh. Äh, yo, nimm einfach mal. Ach, warte mal. Oh, ich hab das gar nicht gesehen, das Trinket. Wo kommt das denn her? Scheiße, ich hab plötzlich ein Trinket. Wo kommt das denn her? Danke, danke, danke für die Münzen und die Bomben und die Schlüssel. Aber ich brauch jetzt irgendwie den Itemraum. Ja, ich hab das Gefühl, der ist hier unten. Danke für die Schlüssel. Ja, da ist er. Ah, noch 40 Sekunden, aber da muss jetzt im Itemraum... Okay, haufe ab. Da muss im Itemraum jetzt aber was richtig krasses drin sein. Kann mit Bomben arbeiten ein bisschen. Auf Wiedersehen. Ach nein, jetzt kommt der auch noch. Ich dachte, hier vielleicht noch etwas Interessantes finden. Ja, setze ich die Emperor-Karte ein oder nicht? Das ist die Frage gleich. Riskiere ich das oder nicht? Vielleicht gucke ich auch erst mal, was hier drin ist. 20 Sekunden. Oh, wow. Ja, Mensch, nee. Wir schaffen morgen niemals mit diesen Tränen. Innerhalb von 20 Sekunden. Nee, 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 nee. Das wäre so, als würde ich... Als würde ich Usain Bolt schlagen im Wettlauf. Nein, das geht nicht. Dann lassen wir uns jetzt Zeit und schauen uns einfach alles an. Was? Vielleicht finden wir noch etwas Gutes. Die Boss-Rasches müssen wir uns dann irgendwie speziell anschauen. Einfach mal so erst so direkt fokussieren, konzentrieren. Danke, danke. Und einfach mal so auch mal Itemräume ignorieren, damit wir den Boss was schaffen. Ja. Das wollte ich ja nicht gar nicht, aber hey. Lass mal gucken. Lass mal gucken, was wir noch gedroppt bekommen. Stimmt, wir können ja sowas hier machen. Ganz vergessen. Gappi-Spawn haben wir ja. Okay. Ich hoffe, gleich spawnt etwas, was nicht so stark ist. Und was wäre ein Boss-Wasch drin? Fragen über Fragen. So. Es ist nur Loki. Hi. Bye-bye, Loki. Ja, das ist dein Todesurteil, wenn du dir Freunde rufst. Armer Loki, er holt sich Hilfe, aber die tötet ihn. Das Leiden des Lokis. Da hinten sind noch Kisten gespawnt, die ich mir schnappen könnte. Mal gucken. Okay. Troll-Bomb und ein paar Schlüssel, die mich mit, ne? Weiß ja nie, wann du wie viel Schlüssel brauchst. Vielleicht finden wir noch Gappi's Tail. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und ich nehme auf jeden Fall das Negativ mit. So, mal gucken. Hätte ich die in 20 Sekunden geschafft? Ah, es sind schon gleich 10 Sekunden um. So, 10 Sekunden müssten eigentlich jetzt schon gleich jetzt um sein. So. Ah, nee, 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 nee. Hätten wir nicht geschafft. Okay. Leider nicht, leider nicht. Da hätte noch ein bisschen was gefehlt, ne? Da hätte noch ein bisschen was gefehlt. So, sehr schön. Negativ mitnehmen. Und was gibt es im Devil Deal, Mr. Krampus? Nein. Hm, nehme ich dich mit? Ich glaube, ich nehme dich einfach mal mit. Vielleicht schaffen wir ja noch die Spun Transformation. Nein, die Conjoined. Genau, let's go. Negativ mitgenommen. Und jetzt müssen wir es schaffen, runterzukommen. So. Oh, war, yes, okay. Da würde ich direkt wieder hier Emperor einsetzen, aber hey. Versuchen wir es einfach mal so. Ich meine, wir haben Sister Maggie. Da kann doch nichts mehr schieflaufen, was? Hahaha. So. Okay, Maggie mit Sister Maggie. Ja, wir machen erstaunlich viel Schaden irgendwie, ne? Woran liegt das? Also, die Gegner sterben recht schnell. Guckt euch das mal an. Was ist denn hier los? Egal. Akzeptiere ich einfach. Und blaue Steinchen dürfen wir auch nicht übersehen. Wie gesagt, den Small Rock müssen wir freischalten. Und irgendwie die Blue Vomp Ebene, aber ich check's nicht. Ich weiß nicht, wann Hush kommt. Habt ihr mir bestimmt in den Kommentaren geschrieben. Habt ihr übersehen. Hey, Entschuldigung. So. Au. Verdammte Axt. Ja, wir haben jetzt nicht das Polaroid, sondern das negativ. Wenn wir getroffen werden, dann heißt das nicht, dass wir unverwundbar sind. Oh, was ist das? Speedup. Das ist gut. Ja, Speedup ist sehr schön. Und wir haben den Boss gefunden. Alles klar. Okay. Auf Wiedersehen. Wir machen echt verdammt viel Schaden. Ich bin gerade ein bisschen baff von meinem Damage Output. Holy shit. Hier, nimm mal ein paar Bomben. Schenke ich dir. Komm. Das sind Bombengeschenke, Mann. So. Schön. Vielleicht noch eine. Nicht abhauen. Nicht abhauen. Schön reingucken. Und tschüss. So. Ähm. Das nehme ich nicht mit. Weil das macht noch mehr Range Down. Dann können wir überhaupt nicht mehr schießen. Richtig nervig. Oh shit. Krasser Typ, Mann. Gib mir Kohle, bitte. Head of Krampus has appeared in the basement. Ach, komm schon. Ähm. Nehme ich das mit oder bleibe ich bei Gappi's Paw? Das ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube, ich bleibe bei Gappi's Paw. Tatsächlich. Mein Gefühl sagt mir Gappi's Paw. Jetzt sagt es mir Krampus hat. Ich gehe weiter. Ich gehe einfach weiter. Ich gehe einfach weiter. Let's go. Werden wir ja sehen, ob das ein großer Fehler war oder nicht. Viscas 2. Viscus natürlich. Für mich ist es die Viscas-Ebene. Oh Mann. Ich könnte mir eigentlich jetzt schon anfangen, irgendwie so ein Thema rauszusuchen für die... Wenn Afterbuff plus draußen ist. Ich will auf jeden Fall was modden. Was richtig schön ist. Was auch... So ein YouTuber-Mod. Aber das ist irgendwie... Das macht jeder, glaube ich. Wenn das draußen ist... Psch. Wer macht keine YouTuber-Mod, hä? Ja. Oh, hallo. Da gehe ich auf jeden Fall rein. Ah, was gibt es hier? Ne, ein toten Vogel. Die Frage ist jetzt. Kann ich mich da jetzt eigentlich auch reinsprengen oder nicht? Das ist die Frage, Mann. Geht das hier? Eigentlich müsste es ja theoretisch auch hier klappen. Ich versuche das einfach mal. Ist risky, ich weiß. Ist sehr risky. So, wir machen das mal auf meine Art. Weil wir verlieren jetzt zwei Herzen, wenn ich jetzt noch rausgehen möchte und so. Egal, 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 egal. So, einfach mal gucken, ob es klappt. Ob ich da rausgesprengt werden kann oder nicht. Ja, das geht. Guck mal. Wir können jetzt in den Schwarzmarkt rein. Will ich das überhaupt? What the fuck? Wieso kämpft der? Ich brauche jetzt unbedingt ein HP-Upgrade. Holy shit. Ja, wir sind jetzt im Schwarzmarkt. Wir könnten Mom überspringen, aber... Ähm, wir könnten direkt zu Satan, aber dann habe ich halt das Herz nicht besiegt. Ich brauche den. Ich brauche das Freischalten da. Warte mal, vielleicht gibt der uns ein HP-Upgrade, weil dann könnte ich... ...was eigentlich mitnehmen. Gar nichts davon. Alles scheiße. Ja, was gibt es sonst? Holy shit, what's that? HP down, evil up. Bitte was? Okay. Ja, das ist der Apfel. Der verbotene Apfel. Ansonsten will ich gar nichts hiervon. Ich habe nicht meinen Polaroid... Äh, ja, den Polaroid-Effekt. Den ich nutzen kann, um an dir zu spielen. Ja, Leute, tut mir leid. Wir haben das ja jetzt geschafft. Ganz lustig, aber... Wir können jetzt halt... Wir müssen halt die Dlyphs besiegen. Nehme ich hier von echt nichts mit? Hm. Bob's Brain ist irgendwie verlockend. Ne, wir hätten dann sehr wenig Leben. Let's go. Es klappt auf jeden Fall. Es klappt auf jeden Fall. Sehr eigenartig, aber es klappt auf jeden Fall. So. Wo ist der Boss? Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht auf der Ebene, weil dann wäre ich sehr traurig. Ziemlich traurig. Extrem traurig. Wupsi. Schön immer auf ein konzentrieren und wegklatschen. Nicht nachlassen. Zeigen, wer der Boss ist. So. Gehen wir mal nach rechts. Holy shit, suddenly bloat, ey. Auf Wiedersehen. Nope, nope, nope. I'm out of here. I'm out of here. Legen wir mal ein paar Bomben. Wir haben ja genug. So, konnte ja gerade durch Wände gehen, der, 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 der Weiße da. Der Durchsichtige. Oh. Steinchen mit Kreuzchen gesehen. Ganz viele. Vielleicht schalten wir eigentlich mal das Damage ab. Freie Scheiße, Mann. Noch mehr Speed up. Ich brauche noch mehr Pillen, verdammt nochmal. Komm schon. Blaue Herzchen. Das gibt's doch nicht. Nur Bomben. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Vielleicht unser Trinket. Verringert unser Trinket nicht irgendwie die Chance auf andere Herzchen? Und gibt halt sehr viele schwarze Herzchen oder sowas. Ich weiß nicht. Okay, Batterien gejobbt. Da wäre Krampus-Heads jetzt nicht schlecht, was? Aber wir brauchen Krampus-Head nicht. Versprochen. To the moon. Okay, zum Glück in der Nähe. Komm schon. Oh, nein. Das ist eine andere Pille. Ah, you wizard. Pheromone. Komm schon. Gib mir doch mal die richtigen Pillen. Verdammt nochmal. Richtig gefährliche Räume, ne? Ich hab hier ein bisschen Angst gerade. Vor allem muss ich noch diese blöde Scheol-Ebene machen. Die ist auch insichert. Hey, Momsart. Erstmal die Augen weg. Erstmal die Augen weg. Halt nicht viel aus. Rein da, rein da. Sehr schön. Und jetzt Concentration. So. Unsere Range ist halt voll für den Arsch. Piercing-Shots wären nicht schlecht, klar. Aber unsere Range ist voll für den Arsch dann. Oh, ba. Selbst durch die Range abpillen. Okay. Die machen wir mal weg. Die Redman-Woop. Hopp, 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 hopp. Das ist nicht cool gewesen. Okay, fuck, man. Ich hab Angst. Ich hab große Angst. Duh, 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 duh. Ich hätte gerne mehr Leben. Ein Devil-Deal. Der leider kein Devil-Deal ist. Zwei Herzchen nur. Und ich soll jetzt... Holy shit. Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Oh, wir werden sterben, Leute. Da geht's schon mal davon aus. Aber weißt du was? Die Folge werde ich trotzdem hochladen. Oh, oh. You are like cute, baby. Oh, a quarter is a pit in the basement. Schön. Die Challenges müssen wir uns nochmal ansehen, ne? So. Einfach mal das Feuer ausmachen. Wer weiß, was da drin ist. Kann auch blauer Herzchen drin sein. Und ich brauch gerade alles. Alles, was mir weiterhilft. Und diesen Raum brauch ich nicht clearen. Denn der hilft mir nicht weiter, wenn ich ihn cleare. So. Ja, irgendwie eigenartig, dass wir so viel Damage machen. Töten sie halt echt relativ schnell, Mann. Obwohl wir halt so wenig Schaden machen. Okay, gut. So, einmal hier dran vorbei. Komm, wer will als erstes? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Der Laser ist gleich da. Yes. Keine blauen Herzchen. Spooky. Spooky Enemies. In den Kampfraum gucken wir gleich auf jeden Fall rein. Vielleicht ist da, keine Ahnung, neun Leben. Wäre auf jeden Fall cool, Mann. Neun Leben bekommt man ziemlich oft in dieser Mord, habe ich das Gefühl. Soweit man nicht... Oh, der Stringet. Ne, das will ich nicht haben. Soweit man nicht noch mehr Bullshit-Items reigeschaltet hat. Die auftauchen können. Nö, da, 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 da. Hi, Prists, okay. Oh, verlocken, verlocken. Könnte was richtig Gutes drin sein. Da kann ich es leider nicht Nein sagen. Holy shit. Er ist da richtig krank drauf. Oh Gott. Und langsam glaube ich, das liegt wirklich an unserem Trinket, dass wir so gut wie keine blauen Herzchen rausbekommen. Alter Schwede, Mann. Was ist das? Auch Pin oder so? Nein, es ist Frail. Na klar, wer sonst? Aber ich habe unsere Karte, die gleich zuschlagen wird. Wenn es so weit ist. Yes! Oh oh. Oh oh, wir sind tot. Wir sind tot, Leute. Wir sind tot. Okay, nur zweimal macht er das. Kacke. Aber wortwörtlich Kacke. Ein Herz noch. Oh Gott. Oh Gott. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz hier raus und wieder rein. Ich bin gerade sehr, 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 sehr ruhig und konzentriert. Wir haben es geschafft, Leute. Holy shit. Okay, wir schaffen das noch, Mann. Wir schaffen das noch. Wir dürfen einfach nur nicht aufgeben. Mein Herz. Okay, weg mit diesen blöden Geistern. Da haben wir nur noch zwei. Das ist genauso wie, als würden wir gegen Hauen kämpfen. Puh, okay. Jetzt bin ich wieder sehr beruhigt wegen dem blauen Herzchen, was wir bekommen haben. Aber es wird uns trotzdem nicht ganz das Leben retten. Wir müssen immer noch alles geben. Was auch kein Problem ist mit diesen... Warte mal, wie viel Damage machen wir? Vier Striche. Bestimmt 4,5 oder so. Oh Gott, der Todesraum Nummer 1. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Todesraum Nummer 1. Wie viel... Wie viel Windstreaks er schon weggenommen hat? Ich gehe hier weg. Ich gehe hier weg. Einmal oder hier. Holy shit. So viele Superformen. Aber auch so viele blaues Feuer. Das ist gut. Wenn die mir aber auch nur blaue Herzchen geben. Jetzt. Okay, wieder Todesraum. Schnell durch hier. Platzieren und warten und... Abhauen. Nicht mit anlegen. Sehr gruselige Kollegen. Aber leider nichts drin. Macht das Licht wieder an. Sonst mache ich mich nackig. Immer wenn das Licht aus, dann... Puh, dann bin ich direkt nackig. Also. Liebe Enemies. Macht nicht das Licht aus. Und macht es auch nicht auf der Gamescom, wenn ihr mich trefft, ja. So. Guckt euch mal, wie viel Schaden wir machen. Ich bin gerade beeindruckt. Könnt ihr mir das erklären? Kommen wir irgendwie sehr eigenartig vor. Dass wir so viel Damage machen. Wir kommen dir ein bisschen unfair vor, den Gegnern gegenüber. Dass wir so viel Damage machen. Obwohl wir nicht so viel Damage haben. So. Holy shit. Okay. Ja, wäre echt schön, wenn wir jetzt blaue Herzchen bekommen. Also gleich lege ich mein Trinket ab. Irgendwie soll das doch eigentlich rote Herzchen und alles in schwarze Herzchen verwandeln. Aber irgendwie bringt es mir gar nichts. Ich glaube, ich lege es ab. Oh, wie sehr ich da unten reingehen würde. Man könnte es ganz am Ende. Und dann setze ich die Emperor-Karte ein. Was machen die? Schießen die auch was? Ja, die schießen was. Oh, ich glaube, die halten mehr aus. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Bitte, 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 bitte. Okay. Geht es hier vielleicht zum Geheimraum? Ja. Time to say goodbye. Na klar ist es einfach fallen hier. Der dachte sich, das wird hier sicherlich gefallen. Okay. Der droppt jetzt leider auch kein Devil, die Leute. Nein, wir sind tot. Scheiße. Oh, kack. I'm dead. Oh, Mist. Ah, ich habe alles gegeben. Immerhin haben wir... Wir haben es nicht geschafft, in den Dark Room zu kommen. Wie nervig ist das denn? Ah. Mist. Ja, der Run lief nicht so gut. Wir haben keine guten Items bekommen. Wir waren zwar stark, aber das Leben wurde dann uns auch stark genommen. Wir müssen noch stärker sein. Verdammt, diese Geister einen Raum zu formen. Oh, das fühlt sich so eklig an diese... Wenn man den Run nicht schafft. So schmutzig. Ich gehe gleich erst mal unter die Dusche. Ganz lange. Ein paar Stunden. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ach, Mann. Das gehört dazu, he? Das gehört dazu, Nisek. Okay. Ja, wir haben hier noch so ein paar Charaktere. Mephisto. Mann. Wir müssen noch so viel clear, he? Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Harley. Ich bin ein paar Mal. 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 Vielen Dank.